So, da sind wir wieder, die Pagan Gamers Redwood und Swarberg. Servus. So, ja, hier das magische Horn, das Horn des Schicksals. Mit Miet. Bitte Miet. Wir machen den Honig mit. Ja, mit nichts weiter außer. Miet. Miet. Jetzt fehlen nur noch die Mietzen, ne? Sind leider nicht anwesend. So, das letzte Mal hatten wir einen Sponsor bekommen. Ja, außen bewundert. Techniker und ja. Das gefällt mir doch mal ganz gut hier, dass wir einen schönen Sponsor haben. Aber ich würde sagen, machen wir es mal weiter. Torf. Torf. Oh, oh, oh. Na ja, gut, er... Hey! Hey! Boah! Torf. Space. Okay. Sprecher. Das epische Sprecher. Video-Shot. Okay. Fahren wir fort. School's Out. Oh, das hat mir vorhin mal als Eifung, ne? Ja, ja. Wir hatten schon ein bisschen. Jetzt nehme ich auch Gitarre. Okay, wir nehmen beide Gitarre, ja? Ich habe wieder hoch. Ja, ja. Ich fahre nicht mehr hoch? Ja, ja, weil ich Gitarre habe. Also können wir doch nicht zusammen Gitarre spielen. Richtig. Ich bin doch so dumm Ruf. Na ja, gut, dann gut. Ich bin doch so so passist, der macht das ganze Sache auf mich einfacher, ne? Ja, ja. Und du spielst eh auf Middle. Ja. Oh, es geht weiter. Hey, so könnten wir doch auch mal zocken. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wenn ich auf die Kamera gucke. Nein, gut. Jetzt ist bitte klein. Okay, hau rein. Uh. Das gleich. Oh, die sind wir anspruchsvoller hier. Er ist gerade groß. Nein, ich habe verpasst. Ich habe gerade drüber geguckt. Scheiße. Oh, da ist es ganz so schön. Das ist ganz schön. Es geht weiter. Oh, hier sind wir dann doch nicht so schön. Oh, das ist gut. Ja, aber wir müssen da auch nicht so schön. Wenn wir dann auf die Kamera geschlossen, dann wäre es das sehr schön. Oh, wir müssen hier auf die Kamera geschlossen. Das ist gut. Ja, aber wir müssen uns halt so schön. Klar, ich denke bis jetzt. Die Schrauben. Das ist gut. Wir müssen dann auch immer wieder direkt. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Also, das ist gut. Boah, ich treffe hier nicht die Kasten. Das ist die mittlere Finger. Jetzt aber. Da, 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 da. Da, da, da. Das werden wir aus der Power-Reise. Und ich flug nicht mal drauf. Fucker. Ja, für uns auch. Hehehe. Das sieht gut aus forever. Das stimmt allerdings. Na, fucker. Nein! Nein, ich hab so einen kleinen Part. Fucker, nein. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Jetzt hab ich den Game nie mehr. Foxig. Nein! Ich treffe echt nicht immer was, ey. Das ist ja gar nicht. Oh, mein Bier. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ich muss aber echt drücken, ja. Wollte ich, dass ihr die Gitarre übernehmen oder so. Also, ich würd sagen, du, mach's damit so ein Pass und... Ach, genau. Genau, okay. Na, der hätte sich auch mitgenommen sollen. Kann man das auch mal ein Gehner? Was? Na, Middle oder so? Das weiss ich. Ich glaub nicht. Ich wär auch ein bisschen entfangen wie du. Nein! Vergagt. Ich fände auch schon bei Light rum. Ey, das gibt ne schöne Serie hier. Nein! Das wär eine Serie, schon mal. Boah, ein bisschen Wasser ist so einfach zu geben, also ich. Ist das geil, dein Hero? Ist das einfacher? Na gut, dein Bruder wollte uns da auslachen. Ja. Ich zeig ihm das morgen mal oder morgen. Klar ist es bei YouTube ankommen, kriegen wir jetzt. Ding. Es wird ja dann so auf Facebook still und wird richtig schön ausgefeiert bei der ganzen Welt. Da sitzen dann so die Chinesen und wandern am Ende der Welt und... Dschuciiii! Dschuciii! Nein! Wir verpacken! Gimm mal die Nackenfahrt hier! Juchu! Mach hier! Wien und ohne bestanden. Oder? Ja, wieder Prost, ne? Prost! Also, ihr könnt ja mal erzählen, wie viel ihr Prost sagen in der Aufnahme. Das ist eigentlich fast so, dass jedes Prost ein neues Bier bedeutet. Schön wär's. Mach doch nicht alles kaputt, ich will jetzt frühwirken. Okay, mach weiter. Ich trinke noch ein bisschen. Du warst immer zur Diva. Ach so, ich muss ja was? Ich war zur Diva. Was mit Dio? Geh dem Laden aus. Gib deinen Hartverdiener. Ey, warte mal einen Moment, wo ist der Laden? Ich will jetzt was einkaufen. Musst du mal was einkaufen? Ja, ich will das nicht, ne? Ja, das ist doch. Okay, wo kann man jetzt das einkaufen? Ja, wo kann man den Laden? Na ja, wir machen gar nichts. Warte mal, aber wir können mal zurück, da kannst du bestimmt die... Nee. Zurück mal halt? Mach nochmal zurück. Können wir dann die Einstellung hier, also schwierig jetzt gerade. Können wir schon mal... Was wechseln dich? Ich will jetzt noch das wechseln. Das geht immer gar nicht. Lipol. Ich mag kein Lipol. Hey, ich kann nicht wechseln. Gut. Ich kann zwischen Gipsen und... Aber ich will jetzt nicht mehr diesen Black Metal haben, sondern diesen ganz normalen Rocker hier. Achselstil. Hey, warum hab ich nicht genommen? Ah, okay. Perfekt. Ich nehme jetzt meine Lady. Oh ja. Jetzt spielt eine Lady Lady. Was zur Hölle? Aber das muss doch rein. Ich hoffe, das ist gerade nicht der Ernst, dass sie mir... Hey, ich will dir nichts vorschreiben. Outfit vielleicht. Ach, ich sehe ja so übel als truer Mettler, ne? Und du so als hier... Lila-Vibe. Boah. Ne. Ja. Ach du Scheiße, du. Okay. Aber wir haben immer noch keinen Laden gefunden. Ist egal. Warum nicht? Wir können es doch so. Ich nehme jetzt wieder die Gitarre. Ich nehme Bass. Dankeschön. Ja. 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 Oh, online. Verlege deine Spielstatistin. Da wird man doch überall ausgelacht. Hey, die Gitarre will ich auch haben. Na so... Lärm dir überhaupt erst mal Gitarre. Bevor mal her, ne? Oh ja. Ist irgendwie so eine Weckler-Pose. Hast du die Beine reinmachen? Lady. Hey, Moment. Hey, der spielt da auf dem Lkw. Der... Ach nee, ist ein Spinners. Hätt mich auch gewundert, wenn der fährt. Ich wollt grad sagen. Die fährt jetzt einfach scheißegal. Ich fahr immer noch ein bisschen um die Gegend. Guck mal, wenn jetzt eine Frau auf dem Lkw. Ah, das geht schon besser mit dem Tickle. Ah, ich treff den roten. Nicht, wenn ich den blauen will. Ah, jetzt doch. Können wir jetzt gar keinen dauernd rennen. Naja, das ist ja auch hier light. Baby light. Baby light. Naja, Stefan, ich so nehm auch. Wir können das nicht umstellen, glaub ich. Das wird jetzt glaub ich ein ganzes Hochmusik sein. Oder? Wir können das mal weg jetzt. Können wir auch ganz rausgehen. Ich weiss nicht, ob das dann speichert. Na doch, hat der einen speichert, ne? Ja. Ah, ich hab den roten nicht. Uh, Starpower. Boah! Boah, das ist böse, echt. Nein! Nein! Ey, Sackle! Du träffst wirklich scheißrot nicht mehr. Siehste, so geht das. Also, rot träff ich eigentlich kaum. Ja, mein scheiß Mittelfinger. Warum muss ich auch da jetzt brechen, ey? Der ist immer noch gebrochen, ne? Ich weiß gar nicht. Blau ist Tretzer. Ich klaff so was ab. Ja. Ja. Das ist ärgerlich. Bass-solo? Ja, ja. Bass-solo. Ja. Mensch, das wär so schon ein langer Ton gewesen. Ich hab mich aber vollkommen verkackt. Stellt sie uns zum Arsch, weil du es lange vergessen hast. Nein! Ach, Mann! Ich hab noch ne Komm von den Turms da. Boah, das wär schon wieder so scheiß lang. Das wär schon wieder so scheiß lang gewesen. Also, wenn du sagst mal irgendeine Schwerekeit, dann aber hier schlagst du ja ein. Na schon, ja. Das kommt doch nach. Ja, ja. Ach! 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 Ja. Ja, jetzt. Ich nehm nie die Hände von der Gitarre. Oh, das hat böse Stellen. Also, ich doch lieber leicht nehmen, um uns den Arsch immer zu breiten. Ja. Jetzt geht's auch. Das ist auch wieder nicht mein Musikgeschmack. Ja. Ja, bis unser Musikgeschmack kommt aus. Wenn du hier noch vorne kommst, dann wird's gespät bleiben. Ja. 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 Ja, ja. Das ist geil, wenn du eine Beine ziehst. Wenn jemand Link dazu hat, dann bitte reinstehen. Ja. 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 Star-Power-Ang be Times Super. Am Ende. Das wird gerade echt was. Ach, wo wir gerade vom Ende sprechen. Wir sehen uns im nächstenpper. Ciao. Bis nächstemmarr.